Das Wetter bei uns in Wiesbaden und Mainz. Das Wetter fürs FFH-Land. Ja, Sie werden es gemerkt haben, es ist etwas grau heute an Heiligabend. In der Nacht gehen die Werte runter auf plus vier bis minus ein Grad. Dabei fällt vereinzelt noch Schnee, vor allem in Nord- und Osthessen. Auch am Tag vereinzelt Schnee, im Süden etwas Sonne, insgesamt aber eher grau bei null bis fünf Grad. Wetter. FFH aktuell. Das Wetter. Und da haben wir zu einem. Mit 30 Grad schmelzen wir dahin, viel Sonne, wenig Wolken. Dagegen hilft nur eine kleine Dusche. Heute Abend und Nacht sind vielleicht ein paar Schauer unterwegs, auch Gewitter. Aber das Risiko bleibt erst mal klein, wenn Sie draußen grillen wollen. Am besten heute Abend, denn die FFH-3-Tagesprognose zeigt morgen schon mehr Schauer mit Gewitter im Gepäck. Aber noch Sonne bei 29 Grad und dann der Freitag durch Watt. Das Wetter bei uns im FFH-Land, das ist richtig schön, auch wenn es vereinzelt jetzt ein paar Schauer gibt. Also hey, ganz ehrlich, so ein bisschen Regen von oben. Das ist doch genau das Richtige. Brauchen wir momentan, um so ein bisschen kühle Temperaturen am Abend zu bekommen. In der Nacht gehen die Werte runter auf 11 bis 17 Grad. Morgen früh allerdings kommt die Sonne wieder raus. Und dann geht's hoch auf bis 29 Grad. Es kann vereinzelt Gewitter geben. Das sagt auch die FFH-3-Tagesprognose. Morgen, am Donnerstag und auch am Freitag Gewitter und 29 Grad maximal. Am Samstag wird's dann... Das Wetter war sehr kalt heute. Und da Sie ja jetzt schon dran gewöhnt sind, es bleibt auch heute Nacht ziemlich kalt. 4 bis 7 Grad. Also wenn Sie Pflanzen haben, die rein müssen, dann nehmen Sie die ins warme Zimmer mit rein. Die haben's verdient. Die FFH-3-Tagesprognose bleibt zu kalt. Am Tag 11 bis 17... Der beste Wetterservice fürs FFH-Land. 6 bis 12 Grad heute Nacht, Wolken und etwas Regen. Die FFH-3-Tagesprognose sagt morgen erst Sonne, später Regen bei 12 bis 17 Grad. Am Dienstag Nieselregen und Wolken bei 16 bis 20 Grad. Ab Mittwoch wird's dann wieder... Ansonsten blitzt hier gar nix. Ja, also keine Sonne zumindest durch die Wolken durch. Heute ist es durchweg grau. Teilweise richtig fette Regengüsse. Immer wieder aufpassen, bitte liebe Autofahrer, denn Aquaplaning kann gefallen. FFH, das Winterwetter. Ja, das ist ziemlich frostig heute. Eigentlich so ein ganz schöner, ruhiger Wintertag mit ein bisschen Schnee zwischendurch. Hier scheint gerade sogar mal die Sonne. Da sieht man das blaue von mir. Also da ist alles dabei bei minus 4 bis plus 1 Grad. Und der Trend, es geht weiterhin so kalt weiter. Bis Donnerstag. Danach ändert sich das Ganze. Aber morgen nochmal Dauerfrost. Höchstens minus 1 Grad. FFH, das Sommerwetter. Heute Nacht Temperaturen zwischen 14 und 8 Grad. Ein paar Wolken sind auch unterwegs. Die bringen uns auch ganz vereinzelt Schauer. Morgen tagsüber auch Wolken im FFH-Land. Später kommt aber dann öfter mal die Sonne raus. Nur in Osthessen, da kannst du noch ein bisschen schauern. Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Der Trend sieht ganz gut aus für die nächsten Tage. Wir kriegen am Freitag bis zu 26 Grad. Im Norden noch ein paar Regenspritzer. Im Süden aber schon schön sonnig. Der Samstag bringt uns bis zu 27 Grad. Meist schönes Wetter. Und am Sonntag dann... FFH, das Wetter. Ja, das ist eine ziemlich milde Nacht, die wir da vor uns haben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 3 Grad. Tagsüber haben wir dann so ein Wetter-Mischmasch. FFH, das Ferienwetter. Ja, es ist heute ein toller Tag. Der Himmel ist blau. Es weht ein leichter Wind, ein leichtes Lüftchen. Das ist sehr angenehm. Denn die Temperaturen, die liegen jetzt, wenn wir mal gucken, zum Beispiel in Espenau, Nordhessen, 22 Grad. Heute Nacht kann es Frost geben, tatsächlich. Plus 4 bis minus 1 Grad, das sind die Temperaturen fürs FFH-Land. Teilweise so ein bisschen Niederschlag. Vor allen Dingen in den Mittelgebirgen kommt der natürlich dann als Schnee runter. Also bitte Vorsicht auf den Straßen. Kann ein bisschen glatt werden. Morgen geht es gemischt weiter bei Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad. Sonne gibt es auch. Bisschen mehr im Süden, bisschen weniger im Norden. FFH, das Sommerwetter. Heiß und fettig. Ja, so fühlt man sich jedenfalls. FFH, das Wetter. Ja, auch der Himmel ist nicht ganz störungsfrei unterwegs. Teilweise dicke Wolken und es wird Regen oder auch in den höheren Lagen Schneeschauer geben. FFH, das Wetter. Ist heute Abend trockenkalt, oft klar. In der Nacht gibt es wieder Frost. Diesmal bis minus 6 Grad. Morgen kriegen wir erneut schönes Wetter mit Sonne und maximal 4 bis 11 Grad. Jetzt kriege ich gerade noch eine Verkehrsmeldung rein. Achtung Autofahrer auf der A45 Dortmund Gießen zwischen Wetzlar Kreuz und Wetzlar Ost. Ein Hund auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig. Haben wir das auch noch unter... Ein Hund auf der Fahrbahn. Anwendung Quadratos. Dessen Ally. Eine Not Für.